Jetzt hab ich auch gar keinen Bock mehr! Ein weiterer toller Scrum mit Team. Mit dem Team Team. Hi. Bannst du das immer gleich? Übrigens finde ich, dass Hyliens heutig, dass wir die ganze Zeit Alibia bannen, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, ich kenn das, aber... Ich nicht. Ich kann alles. Wenn man eigene Champs bannen muss, ist es immer ein bisschen schade, das stimmt. Dann auch einfach mal First picken. Ich sag es nur, ne? Ja, gut. Bannen Alibia. Die Opposition ist erzürnt. Hatten wir... Eben hatten wir auf 3 nicht TF gebannt, sondern ein bisschen Sau. Ne, wir hatten gerade TF gebannt. Aber ich fühl ihn halt auf... Javan ist ja richtig lustig gewesen. Ja, aber Ultra. Meiner Meinung nach. Ja, ja. Ultra. Er hat ja auch nicht dich geultet die ganze Zeit. Das ist true, aber der hätte mich ulten müssen. Ja, das stimmt. Ne, für dich, wir können auch schon Javan. Ja, lass das mal machen. Wir können ja mal gucken, wie wir gegen TF spielen. Ja, genau. Ach, guck mal. Da sind wir auch wieder bei Spin gefielen. Ist doch geil jetzt. Ne, ist gar nicht so geil. Wenn du wohl zu Ende liest im TS... Spin oder TF? Xinsau. Alright. Wir wollen einfach mal gegen TF spielen, oder was? Ja, das nehme ich als Vorwands Argument, um den Bann durchzukriegen, ohne dass zu viel geweint wird. Ja. Aber in Wahrheit, es sind einfach OP. Okay. Oder wir spielen jetzt einfach TF. Aber dann auf ADC. Ich wollt grad sagen. Er hat doch von dir grad gesagt, dass er in jedes Matchup TF spielen kann. Ja, stimmt. Das hat er doch grad geschrieben. Absolut. Das ist auch mein Sixersatz. Ist das jetzt wieder Varus für das Pick? Ich würd nochmal dafür gehen, ja. Ja, sollten wir auch. Ich glaub, es ist super wichtig, wenn wir so viele Target-Buns haben. Warte mal, Karthus ist die ganze Zeit offen, oder was? Wir können nochmal Karthus. Ja, aber nicht First Pick. Okay. Also war Karthus die ganze Zeit offen? Ich weiß es nicht. Ich wollt eben grad auch nachfragen. Ich weiß es nicht. Also wir gehen Varus. Ja, genau. Classic Second-Votation für uns hier. Ne, für uns wäre jetzt Karthus Urgott 2-3-Picks. Oh, das wäre ja. Oder Karthus Young, even better. Äh, ich glaub Urgott, weil dann haben wir AD mit Line. Damit du Single-AP spielen kannst. So. Achso, das hätten wir mit Yon nicht, weil wir Yon. Wenn wir Yon gehen, Bandi halt Urgott, weißt du? Ja. Aber wenn wir Urgott picken, Bandi doch auch Yon, oder nicht? Ja, aber wir haben ja auch noch andere AD-Top-Liner. Aber Midlane ist halt auch Front. Ist der Pool ein bisschen eingeschränkt. Äh, aber wir könnten natürlich Yon gehen und du gehst mit, aber dann hab ich nicht mehr so viele Top-Liner, die ich rumspiele. That's true, ja. Okay, nice, ja. Ist gut durchdacht, gefällt mir. Und Urgott ist gut, Matchup into Lee. So. Ja, genau die Rotation machen wir. Nice, gefällt mir. Du warst doch klasse hier. Das ist echt stark. Wir haben sogar Kaiser für die Combo gespielt. Das heißt, Botlane hat auch noch ein gutes Matchup. Auf der Lane zumindest. Ja, extrem gut. War übegeil. Die werden jetzt wahrscheinlich für Nautilust gehen. Oder die Wunder. Ja, wenn sie sich nicht Support picken, dann... Karma? Aber das ist blitisch, so Botkar. Gut, wir machen Midlane-Bands wieder. Wenn Urgott Mitte ist, was willst du nicht haben? Uri ist dann sogar tatsächlich die Scheiße, ja. Okay. Also wir könnten... Wir könnten der TF offen lassen, wenn ihr wollt. Dann ist halt... Jetzt können wir den ruhig bannen. Also wenn... Jetzt können wir den bannen, ja. Wenn der... Wenn der jetzt gut gegen dich ist, dann bannen wir den. Wir können auch zuerst was anderes bannen. Aber wenn die Yon offen lassen... Die Yon ist supergut in der TF. Ja. Aber ich glaube nicht. Dann lass mal als erstes actually Viktor bannen. Nicht Uri. Ja, ich geh... Ja, das... Ne, komm, das ist Uri. Wie soll... Man sollte hier Uri bannen, aber ich fand's... Vor allem Viktor ist 40% bei dem, glaube ich, ne? Ja, bei Second Most Plays, oder? Wie ist deine Reel-Kutsche? Relativ gut. Ich dachte, dass deine Win-Rate auf Uri ist 11%, ne? Falls... Die werden jetzt noch Nautilus bannen, naja? Bitte? Die werden jetzt noch Nautilus bannen, denk ich. Wir sollten den Gagebot picken. Aber dann ist Yon open, dann ist unser Draft komplett exodier. Ja. Vor allem können wir auch noch Position-wise swappen. Ja, ja, das ist geisteskrank. Wie ist denn Lee, ohne? Not good, right? Ne, sollte nicht gut sein. Dann... Dann müssen wir... Dann hab ich dich nicht so verkauft wie das letzte Mal, wo ich nicht wusste, dass ich dich verkauft hab. Ah, ich hab's noch nicht gespielt, aber sollte in 3 nicht gut sein. Ähm... Was wollten wir jetzt hier an? Ja, und jetzt halt Twisted Fate oder Viktor halt. Depending on... Feeling. Also wenn... Yon is open. Ach so. Und wie ist Yon into Viktor? Auch fein. Most likely. Ist beides fein. Ich hab mal Twisted Fate doch. Ja. Mit Twisted Fate könnt ihr halt Sideline spielen. Gefällt mir auch. Also der Draft ist glaub ich insane sick. Also wenn du confident bist auf Ray Kutscha, will ich hier für Regen. Up fort. Rell, Yon is actually auch super gut zusammen. Pass mal. Oh ja. Sola dachte so, er kriegt Protection. Ja. Also du bist mit Ray, da musst du neben mir stehen. Pro Bits. Und warst du mit Rakan hier actually? Rakan ist nicht so gut gerade, oder? Ach, Rakan ist immer gut. Also Rakan würde ich hier auch sehen. Ich hab grad was er möchtet, ich spiel alles. Nee, nee, nee. Damit du confident bist. Also Rell ist ein Taktik besser. Nee, nee. Er ist ja auf beiden confident. Wir picken jetzt eh erst Jona. Aber was glaubst du ist denn besser? Er ist auf Rakan auf jeden Fall mehr confident. Ja. Ja. Ich glaub auch Kutschas Rell ist Kacke. Pads, Maul. Okay, jetzt spiel ich Rell. Jetzt spiel ich Rell. Jetzt spiel ich Rell. Das ist genau die falsche Taktik, Phil. So kannst du mit Kutscha nicht umsprechen. Jetzt spiel ich Rell. Ist mir scheißegal. Du verstehst den Jungen doch gar nicht. Ich glaub. Nein, ja. Das ist dein Erster. Das wollte doch Phil erreichen. Er wollte nicht, dass er seinen Rakan hat. Bambuzelt. Uh, das war 5000 IQ Powerplay. Nein, Spaß. Ich wollt nicht, dass er Rell pickt. Na well, FF. Ähm. Wir müssen uns jetzt einigen, ne? Ja. Wenn der Lead Jungle geht, könnten wir ihn jetzt picken, was sonst irgendwie... Hier ist der Lead Jungle. Du willst gegen Viktor, ne? Ja, wär besser. Nice. Ja, dann mach du das. Weißt du, wie das Ugo Z-Match ab ist? Eigentlich glaub ich feindwürdig. Gewinnst du. Gewinnst du. So ne Modeerscheinung dieses Sets wieder, ne? Triff ich nie. Was? Du hast keinen Ur-God-Skin? Jetzt hätte ich ja fast ohne Skin gespielt. Ey, jetzt gibt mir den Waus hier. Sorry, my bad. Warum kann man denn hier in der Champion Selection nicht reporten? Ich nehm MR mit. Okay. Wir müssen halt schon mal dann rein spocken. Ja, ja. Ich nehm Arma. Pius? Yes. Pius? Ja, damit hab ich den Rülpser unterdrückt. Ich kann nächstes Mal auch einfach rülpsen, wenn ihr wollt. Ja, find ich besser. Das klingt eh mal, als ob du rülpsst und du redest. Hast du es dann? Ey, ich hab, ich hab, äh, Prior heute. Bis der sein E-Abgeld hat. Ey, warte, ich muss toplanen. Oh wait, das ist actually Johnny. Ja, actually muss ich beginnen, aber das war ein bisschen verwirrend. Ähm, ich kann beides. Ich kann hier, wenn ich nicht pulle, hab ich permanent Prior. Äh, wenn ich pullen muss, spiel ich Weakside unter meinem Turm. Okay. Okay. Bot ist hard running, wenn wir All-Ins forcen können. Nicht, wenn wir reingepusht. Okay. Könnt ihr All-Ins forcen? Jo. Ja. Okay. Aber wir können uns dann reinpushen lassen und dann All-Ins forcen. Also ist ja die Frage, ob du Prior willst oder nicht. Actually, wir sind, äh, red side. Also 125 ich enemy blue buff. Oder wir late invaden den einfach. Also... Aber würdest du das auch in einem Competitive Match machen? Ja, also Ur-Gottes. Würdest du jetzt... Letztes, letztes Kalibrierungs-Game ist darum, ob wir reinkommen oder nicht in die Third-Diff. Würdest du dann auch rein 25 mal? Ja, mit Karte ist immer, ja. Safe, ja? Ja, ja, safe. Aber blue buff, ne? Das heißt, ich statt oben... Also, ne, ne, ne. Ich hab Seite vertauscht. Äh, wir können hier. Ich geh hier in den Busch rein, dass er mich sieht. Oder willst du direkt hier hingehen, Phil? Ne, ne, ist fein, ist fein. Du kannst das machen. Und, äh... Ah, Johnny, du bist top, ne? Ich bin Mitte. Ne, ich bin top. Ich bin top. Aber ich, ich zeig mich als top, dass sie nicht top machen. Ja, genau. Und mit Johnny mach ich 1,25 Topside. Also Ur-Gott-Kartus mit Exhaust, es ist, es gibt literally keine Jams, die besiegen. Weil die Sin und Z sind schon... Ne, okay. Also wie gesagt, ich würde sagen, wenn wir invaden, dann immer die Frage stellen, im entscheidenden Spiel, in der Kalibierungsphase, wenn wir es auch machen, wenn ja, dann machen wir es auch in Scrums. Wenn Victor halt movt, der ist sehr, sehr useless bei uns. Ja, aber, also hier Double Conqueror, wir müssen halt schon mal einen fokussen, ne? Ja, also du mit deiner E, ich mit Q Exhaust, es ist, die können uns nie im Leben fighten. Never ever. Dein Matchup ist relativ easy, wenn du einfach die E permanent E ist von ihm. Jo. Jo, ich dachte mir jetzt schon, aber, dass ich hier in irgendwas Hard-Losing reinlaufe, ohne es zu wissen, weißt du? Ja, ja, alles gut. Ja, was wir brauchen, ist dann ne Late Ward hier. Mhm. Auf Red. Kriegste. Geil. Dann brauchen wir hier gar nicht Cover. Wollen wir nicht oben rum gehen? Ne, oben rum ist immer schlechter. Wir können den Ward einfach clearn. Ja, jetzt? Ich komm mal. Ihr nehmt einfach, ihr shared die XP hier. Ab Level 3 gewinnen wir den Hard, glaube ich. Awkward. Ich dachte, Phil, wenn er da nicht rumsteht. Ne, ne, ich hätte nie. Ich place dir den Ward rum. War meine Finger nicht dreckig. Okay. Wir brauchen dich, Blade, wenn Enemy mitmufft, ne? Ja. Also, wenn Enemy mitmufft, der ist halt sehr, sehr useless. Ich werde einfach die erste Wand pushen, dass er verliert und danach reinmuffen. Ja, ja, dann sind wir ja tot, ne? Ich glaube, das ist fein. Ich glaube, das ist fein. Ich glaube, das ist fein. Los, fein mit meiner Sterung. Ne, ne, wenn wir sterben. Geh du vor, Johnny? Jetzt oder was? Ja, ja, ja. Perfekt. Okay, wir machen weiter. Wir machen weiter. Das ist... Und die gehen bot rein, okay. Dann kannst du offlanen jetzt, wenn du musst. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Okay, ihr müsst bot eingepusht werden, ne? Mhm. Jo. War doch Top Level 2, by the way, ne? Ich weiß nicht, ob du willst oder nicht, aber... Ne, ich lass das einfach mit Q. Kann sein, dass die hinter uns move ist. Unwahrscheinlich, aber... Komm mal von unserem Red Burf, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Warte mal. Haben wir nicht gewordet, Sola? Haben die geklipt? Haben die gesweept. Haben die geklipt, ja. Die haben den auf jeden Fall gemacht im Wett. Ja, ja, ja. Also ich full clear enemy top side hier. Es ist Map split hier, ne? Mit Bots weak side. Der Trollt hier oben. Der ist auf 100 AP. Wir können den diven, ne? Nach Raptors. Ja, wenn der stayed, auf jeden Fall. Die an den Golems. Ah ne, wir müssen gucken, dass wir die Waffe gewöhnen. Stayed der? Ja, der stayed. Aber ich glaub, der ist nicht da. Der im Exhaust. Ich glaub nicht, dass wir Diver presentiert, übrigens. Ich glaub, du kannst den aber full clear. Ich glaub, es ist High Risk, den zu killen. I mean... Okay. Der hat halt W, weißt du? Ich glaub, der ist Diver. Das glaub ich auch, aber ich glaub, es ist High Risk. Okay, dann lass machen. Äh, du hittest first, ne? Du musst Q und Leak hier oben. Du kannst rausflaschen dann. Jaja. Wir werden uns nicht da hängen. Das wär Giga-Int. So, ich sag das so. So, ja. These matters? Really awkward. Können wir auch gleich mal am Engage gucken, oder ne? 10 Sekunden Q, danke. Jo. Gut. Schade. Wir sollten für 3 warten, aber. Außer du siehst. Also wenn du hier was siehst, können wir probieren. Die 3. Okay. Ich geh topside off base. Da sind ihre Viros. Set hat geflasht. Wie ist topside? Oh, hat er Krabbe schon? I guess. Der war doch schon länger. Oh shit, ist so gut. Okay. Bis auf 16, der hat wahrscheinlich dann Bot-Sat-Junk und Krabbe genommen. Und Krabbe. Kammer miss, care care. Kammer miss. Bottle miss, kun komm. Glauben alle Bots weit. Ja, er geht double crap. Okay. Ja, die ist grad Bot-Sat, ja? Ja. Bot-Sat. Okay. Die Wave Slowpush ist jetzt von uns weggebrochen. Auf der nächsten Wave brauchen wir Hilfe, sonst freezing wir uns. Okay. Dann jungle ich mich runter. Dein Ring. Das müsste auch wieder ab sein, oder? Nee. Ich muss das oben stehen lassen. Nee, ich liebe den Rakan. Ich kann alles spielen. Kann ich auch. Ey, wir brauchen trotzdem Hilfe von dir. Ja, ja, ich bin auch neu. Jetzt immer noch hier wahrscheinlich die Lina. I doubt it, I doubt it. Der sollte nicht mehr da sein. Okay, danke ihr Wichser. Alter. Ich hör nie wieder auf wen anders als mich selber. Naja, nee. Wir sollen das einfach konsequent spielen. Einfach bis auf Film warten und dann auszuschen. Das hat uns auch da. Ist halt alles ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Hm. 50-50. Ich glaub, Tobias ist auch egal. Aber es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er da ist. Wir müssen ja auszuschen und wir haben keinen Flash mehr. Lee Sin könnte Mitte kommen von Bot-Sat. Die sind auf Drake drauf. Lowlife, ne? Set ist nicht mehr da. Kannst du reinmoven von Mitte? Kann reinmoven, ja. Der ist relativ hoch. Ja, wir moven auch, aber wir sind noch ein bisschen weit weg. Ich kann recoil und CP ihn. Ja, ja. Let's go. Ich recoil, ich recoil. Ich brauche auch noch ein bisschen. Slow, slow, slow. Wir kommen von der Seite. Gewinnt der. Ja. Hier selber. Lokama. Warte, 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 warte. Geplick, click, click. Nice. Wir können Drachen machen. Good job. Okay, das ist wirklich fein. Ich kann nicht für eine Wave hochkippen. Ja, das ist ruhig auch gut. Ich brauche mal einen Moment. Ich brauche? Ah, dann kommt's auch. Ah, ich klicke aber auch. Warte einfach. Wird ich die Wave nicht anfassen sollen? Ist fein. Wir müssen halt nach der Wave direkt swappen. Lass die Wave mal hart pushen. Jo. Okay, Lee wird aus Base, Topside gehen. Most likely. Ähm, ja wir pushen die Wave hoch. Hast du die Bot hier, Jon? Ja. Die Wave baum ist ja auch relativ hart. Also Kutscha kann hier auch irgendwo für den Raum gucken. Ja, ich geh jetzt. Geht's bitte. Hilft es euch, wenn Kutscha Topp ist? Aber ja, also wenn er Zeit hat, Kammer. Ah, der der geht ja auch nicht. Ich hab Bult, ich hab Bult. Kammer muss auch. Kammer muss auch. Kammer muss auch. Das ist mega fein. Wenn der rauskommt, das wär besser, ne? Kammer kommt auch hier. Ja, das ist fein, ist fein. Kann man hier? Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ja, das ist ein Fun. Was? Nice. Fock. Schönes Ding. Lee Sin hat keinen Flash, der hat auf jeden Fall im Dray geflasht. Oh, Lee Sin geht topside. Lass mal wieder dran gewöhnen, Summoners zu time, bitte. Ja, eh eh. Ab. Was connected irgendwie. Das ist fein. Das Set hat dich nicht geholfen, klar. Ich hab Ult in einem Camp. Ne, der hat ne Ult. Wie viel Leben hat Karma? Er, full. Okay. Okay. Ich lass mich hier oben pushen, ne? Ui, ich bin ganz gemein. Ja, Lee Sin jungle drunter. Kann mit runter kommen. Lee Sin wird hier auf Wölfe gehen, ne? Ihr könntet maybe den da invaden zu zweit. Super deep, oder? Ja, sehr, sehr deep, ja. Ich hab Ult up. Keiner ist da. Wie kann ich vielleicht? Hat die Flash up? Ja. Ich brauch die. Ich brauch die. Nice. Good job. Bill, du kannst maybe einer Wölfe mitte? Ja. Ja, ja, ja. Lass dich oben rein pushen. Lee Sin braucht Zeit. Lee Sin wird Level 6 sein, ne? Passt also auf. Der ist schon hier, der ist schon hier. Haben wir einen TP? Ne, ne? Ne, haben wir nicht. Kannst du den blocken? Dann können wir maybe turnen. Gucken. Du musst den CCen, du musst den CCen. Was ist das? Okay. Nice. Na ja, ich will hier für Harry Kane. Ja, die wird nochmal move'n. Der hat auf jeden Fall Kicked. Nee, ich hab keine other prio. Und ich kann auch keine prio. Der war maybe base. Ich werde base'n. Ich würde dir Bramble best empfehlen. Ja, ja. Einfach. Kann ich freeze'n? Dann kannst du den wieder komplett traden. Die Mitte hat Kick. Die Sin-Mitte hat Kick up. Der pusht Mitte raus. Die werden jetzt verhurt gehen, maybe. Denk ich auch, ja. Aber können wir nicht vertesten? Kann hochruhen, theoretisch. Ja, ich hab eben schließlich gewinnt. Nein, nein, wir können nicht. Komm mal bitte, Pius. Ja. Kann man hier? Ja, ich bin jetzt auf die drauf. So leicht guck, ob ich Borderline kommen kann hier. Wenn die upsteppt. Ja, auch wieder runter, ne? Oh, hier. Okay. Vielleicht Kartus holt. Look. Ja, ich schau. Ja, ich schau. Ja. Ist gut. Ich hab hier nen Freeze. Irgendjemand muss hier. Ja, wobei. Das wird vielleicht in der Freeze. Wir sind am Harriot heute, ne? Ja. Wir können Krabbe und Botseite. Guck Mitte, Kutscher. Mitte, Mitte, Mitte. Ja, Bait rein. Bait ist immer noch nix. Bait ist immer noch nix. Enemy Blue Buffs. Ja, ich kann wieder runterkommen. Ich werd auf nächste Wrave, die kommt. Enemy Blue Buff. Okay, dann geh die nächste Wrave rein. Und dann komm ich. Auf die Wrave, ja. Auf die Wrave können wir diven, Bot. Ja. Set hat vor mir TP, aber ich glaub nicht, dass er nen da schon wieder hat. Okay, ich hardbusch jetzt die Wrave. Ich ruf mal Mitte rein. Klar, Kai ist aber da. Das ist ein Free Dive-Bot, Free Dive. Ja, oder wir sollen einfach was auffallen. Die wissen das. Bait ist wieder top. Ich guck für Wölfe hier. Oli, bei mir. Ich guck hier. Ein Minimum für Level 6. Ich hab Uld up. Ein Minimum für 6 bei mir, das wär wichtig. Na ja, komm ran hier. Ja, Viktor muss scheren. Nice, good job Johnny. Wir sauen unten auf und auf und auf und auf und auf. Ja, Bot ist Omega doomed. Viktor kommt auch, du musst lange raus. Naja, ist fein. Ich bin Mitte Pius. Ah, sorry Phil. Da muss ich warten. Das ist alles. Wir können hier forever stay, ne? Die können uns 2v2 nicht mehr zeigen. Ich pressure aber hier. Ich pressure aber hier. Wollt hier rein. Okay, in die Mitte. Okay, ich kann nichts mehr machen. Wir movem hier rein. Wir movem hier rein. Fine, ich wurde exhausted. Wir haben halt eine fette BotWave abgegeben. Ja, ja. Das ist gut gechumpt auch die Köse. BotWave bounced auch. Wir können hier resetten einfach. Wobei, warte, ich brauchen wir mal. Drake in 17. Drake in 17 resettet und wir können für Drake dann spielen. Ja, ja. Ich bin ziemlich sicher, dass der Set dann wieder TP ab hat und ich nicht. Mh. Wenn du cancelst, stirbst du, ne? Nee, 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 stirb nicht. Der kann nicht von Lame TP'n. Okay, kann er nicht. Kaiser hat nicht resetet und hat auch noch keinen QEW. Wölf. Ja. Ich hab Flashoot ab, ne? Die geben Drake auf, wahrscheinlich. Die Sin ist auf Blue Buff. Kannst du rein mit dem QEW? Die geben Drake auf. Ja, ich move rein nach der Web. Ich freeze BotLane weiter. Ja. Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Ja. Ich habe am Rewerfenstee, movem ich auch. Ja, 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 ja. Wir haben Drake. Da war noch ein Job, falls sie sich treiben. Können die nicht. Kannst Mitte gehen. Ich halte Mitte sonst, wenn du top weiter musst. Können Bot wieder das gleiche machen eigentlich. Ja. Ja, Viktor hier, maybe. Können wir hoch? Ja, 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 schau mal. Die Mitte. Karma könnte Rounds sein. Karma moved. Er flasht da, Viktor. Nice, das ist gut. Ich kann ihn gleich quellen. Wir können Bot halt rein. Oh, sorry, sorry, sorry. Ja, wir können das gleiche wieder Bot machen. Ja, schaut mal hier, schaut mal hier im River. Schaut mal hier im River. Ich habe zwei Sekunden hier. Wenn du da rein gehst. Ich komme nicht weiter rein. Wir können die Ward clean. Wie viel hat deine World, diese Damage? 40. Zepp guckt für ult. Ja, die will mich fighten. Zepp guckt für TP. Ich move zu euch. Ich move zu euch. Ja, ja, ja. Wo sind alle runter? Wie ist denn das Kick up? Ja. Ich will wahrscheinlich sterben. Oder? Was? Z ist low. Schön. Jonathan. Z, Z, Z. Oh, das war oh Gott offen. Schön. Schönes Ding. Und das, obwohl ich mein Jungler gre... Entschuldigung. Die wollen hier Bot noch was machen? Die wollen hier Bot noch, maybe? Moment. I am Forsaken. Victor's Bot ist? Ich muss mal da rein. Na, ich habe hier Mythic. Oder wollen wir den... Sechs Sekunden, sechs Sekunden. Nee, nee, nee. It's free, it's free, it's free. Nein, 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 nein. Wir sind alle auf Reset. Wir wieder hoch. Wir spielen jetzt für Herald in zwei Minuten. Ich jungle von Bot to Top und dann bin ich am Herald da. Wo hier? Ja, 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 der ist allein, der ist allein. Ich habe Ulda. Ist wirklich free, ist wirklich free. Schönes Ding. Sehr schön, Leute. Karma hier. Der ist ja Klee, Alter. Junge, rede ich gegen Wände oder was, Alter? Hey, ich habe ja nie dran gezweilt. Klang schon so. Herald, 1,40. Wir spielen dafür. Wir wollen Urgott-Bot haben. Und actually ist Urgott stärkbar. Du können auch jetzt gerade swacken theoretisch. Ja, ja, ja. Ich habe sieben auf keinen. Das ist echt ein... Aber gut. Gut. Ich komme... Ich glaube, wir sind so viel stärker. Das macht keinen Unterschied. Ich glaube, das Tempo ist wichtiger. TP wird gejustet gerade, Bot. Ja. Dann werden die den Herald auf jeden Fall... Wobei, wir haben auch keinen TP. Ich habe Map-Fake. Fehlst du, Bot? Ich gehe Mitte. Ja, ich kann in Bot gehen. Aber wir können gerade alles contesten. Kannst du oder willst? Ich gehe, ich gehe Bot. Also wir sind so viel stärker gerade. Ja, alles gut. Ich habe jetzt auch Map-Fake. Ich bin jetzt super stark. Drop-Line ist Mitte. Äh, Viktor fehlt von Bot. Ich habe Uld up, nicht vergessen. Viktor wieder Bot. Äh, wir müssen hier hochmoven, Kutscher. Ja. Wissen wir Kaiser-Sums? Ja. Ich bin auch da. Ich kann dahinter gehen, ne? Ja, ja, ja. Hier, ich gehe rauf, 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 rauf. Ey, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich will hier die Kaiser in Rotation. Ich habe mich wahrscheinlich kicken. Da komme ich nicht ran. Oh, ne. Nice. Ja, wir können reinmoven. Ich halte meinen E auf Solar. Wir pushen hier noch die Rave. Ich push hier Bot. Ich wo Mitte Prior. Ich nehme den Ken. Wir sollten nicht für den Tower spielen, glaube ich. Wir sollten nicht für den Tower spielen, glaube ich, oder? Ja. Wir können halten, wirklich. Ich kick mit zu Torn. Ich habe halt keinen Flash, denn wir sollten hier nicht, wir sollten nicht. Ich kick mit zu Torn. Ja. Ja, die haben kicked hier. Es ist dagegen, leider. Es ist dagegen, leider passiert nichts. Ja. Und so läuft Range, dem bleibt. Good job. Nice. Ich will nur nicht, dass wir hier gekickt werden. Ich habe Uld up. Johnny. Noch eine Rave und dann have it. Ja, pusht ihr die Rave, ich mache Harold. Halt. Die muft Mitte, Ken. Jo. Ich glaube, ich kann die Double killen, wenn du Uld hast. Ja. Lass mal einen Harold reinbauen. Ja, ihr könnt top, ihr könnt top, wenn die da nicht ist. Ich bin hier easy. Ich glaube, ich würde lieber mit reinbauen. Ich glaube, ihr... Wir muften über Mitte. Wir muften über Mitte. Wir muften über Mitte. Komm mal hier, Kaiser. Komm mal, Kaiser. Oh, scheiße. Oh, shit. Hab ich voll vorbeigesiegt. Da haben wir alles verkackt. Yikes. Anscheinend war es doch legal. Äh, Mitte Push. Wir kriegen Mitte Torn. Das ist ja komplett illegal aus. Eieieiei, wenn ich da meine Ulti-Titel aufbauen. Ja, sah wirklich komisch aus. Ich habe sehr wenig Mala. Wir können... Mitte Torn entziehen? Ja. Auf der Wave, auf der Wave holen wir den Torn. Und dann spielen wir für Drake. Lane Ward, wenn wir haben. Haben wir nicht. Komm aus der Base zum Drake. Top Wave ist... Oh, Set ist top. Ist hier? Ist hier irgendwo noch eine... Ne, ob der Set TP hat. Ups. Könnte. Ich habe halt echt sehr wenig Mala. Aber der soll trotzdem viel sein, ne? Naja. Kann ich schon hochgehen? Ja, ne? Naja. Naja. Nächster Drake ist Klauer. Oh, äh. Sorry. Oh, Cloud-Soul. Äh. Solo sollst du bitte? Ja, ja. Ich muss hier resetten erstmal. Dann gehe ich bitte. Auch resetten. Ich gehe resetten. Wir sind alle nicht mehr auf Map, Johnny. Ja. TP ab. Also wenn du nochmal so Overset, dann kann ich Topline tippen. Ich clear meinen kompletten Jungle durch. Wir spielen einfach für den nächsten Drachen, aber wir können halt... Wir sind so stark, wir können... Ja, wir können alles fighten. Also wir sind so viel stärker als die. Du hast ne Auge auf mich, ne? Ja. Ja. Wir könnten gerade... Lee is close. Lee is close. Oh, das ist jetzt raus. Und... Debt. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, das play müssen wir mal ein bisschen später machen, wenn wir auf Map sind, damit wir was punishen können dafür. Ich move hier rein, ich move hier rein. Oh. Ja, ja. Killen. Nice. Pass auf die Kaiser-Savier auf, ne? Close, ey. Ja. War komplett jetzt im Spiel. Äh, ja. My bad. Das war... Was haben die geused, Top? Was haben die geused? Set ult. Lee ult. Set flash. Okay, wir move'n hier, wir move'n hier. Ja, Lee sind bei mir. Ja. Ich bin super, super stark. Ich glaube, wir können hier tatsächlich sogar noch ein bisschen... Kein Kick. Maybe not. He's dead, maybe? Ne. Oh, wenn du ult hättest. Set. Was kann man hier? Okay, wir sollten ein bisschen weniger trollen. Jo. Ja. Wir können das Game hier noch spielen. Ich glaube, du kriegst der Spot. Ja. Und dann pushen wir in der Mitte und dann ruht hier in den Top. Die Kaiser ist extrem useless gerade noch. Das machen wir jetzt jedes Mal und dann bis wir den Top-Tum haben. Ja. Ich kann auch mal eine Flash-Hold up, ne? Also ich kann auch halt engage'n. Viktor ist halt immer noch neutral, ne? Also der ist... Ich glaube... Nur die Bruiser von denen sind relativ strong. Ja. Und die kann er eigentlich gut hier, ne? Wenn wir haben. Ja. Ich glaube, ich geh Morelos einfach. Ich hab nach der Wave hier ein Item. Ich würd da nochmal resetten. Okay. 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 Und dann machen wir das so. Wir pushen in Mitte. Und... Moven in Top rein. Spielen für den Turret. Und danach gehen wir Ace-Up für Drake. Ja. Sounds gut. Der Viktor hat was gerestet. Der in Engage ist. Es ist wie mit dem Xin-Gang. Nur das Lee schlechter als Xin ist für uns, ne? Also wir wollen nur nicht geflankt werden. Nur das wir diesmal eigentlich auch... Ich bin ja der Einzige, der geflankt werden kann hier. Scheiße. Ja. Gedenkenden Plan. Pushen. Top. Ja. Wir können diesmal auch alles, was ich mit Ulted, into one shotten. Pass auf Johnny. Wir sind niemanden davon mit. Jojo. Ich hab aber hier noch... Kameras. Weg in vor. Nur eine Mitte Wave noch. Ja. Wir pushen die Wave. Und dann moveen wir into Top. Ah, der ist Top. Der Top ist da. Ich hab UL da. Ich hab TP. Die sind raus, ne? Die müssen noch pushen. Ich bin raus. Ich hab zwar keine Ult, aber ich bin trotzdem stark. No, wir können da jetzt rein moveen. Ich glaub wirklich, wenn du einen Engage C-Scootter, können wir den einfach forcen. Ja, ja, ja. Safe. Wir one-shotten alles gerade. Schöne Stink Johnny. Nice. Solo Bullo. Geh hier rein, ne? Ah ja, die kommen alle, ne? Aber ja. Oh wow, er geht da. Geht hin, geht hin. Nice. Schön hitter Flash. Schön hitter Flash. Einfach. Hat den noch Kick? Ja. Ich kick bot doch hier. Na, also ihr müsst da oben rein. Wir müssen back zur Mitte. Können wir hier? Ja, ja. Können wir es hin. Ich hab UL noch ab, wenn wir ein bisschen mehr Damage haben. Oh, ja. Ich bin das Ding. Ey, ihr müsst wieder Mitte. Okay, reset it. Reset it für Drake. Reset it für Drake. Wir brauchen... Yon kann nicht top gehen auf jeden Fall. Klar, Johnny muss top gehen. Top. Top, top, top. Ja, aber schon ein bisschen wischen hier für Drake. Ah, ich glaube, es ist einfach wasted. Ich glaube, Johnny kann einfach aus Base zu Drake mitkommen. Weil wir keine Pressure mehr top kriegen werden in der Time. Also lass ihn mit pushen. Ich kann den Drake surrendern. Ja, glaube ich auch. Code B. Dann gehe ich hoch. I mean... Victor record hier nochmal. Der hat seinen Mythic fertig. Also wenn wir hier mit den drei Leuten sind, wenn wir irgendwas sehen, wir können sofort engagieren. Wir machen beide so viel Schaden, dass wir heute zählen. Hat die Kaiser Thumbs? Ja. Ja, ich glaube schon. Komm Kutscher. So, ich würde auch den Set ulten, wenn er zu weit nach vorne stept. Auf jeden Fall. Okay, die könnten top sein. Können die Sneaky Nash machen? Ja. Nee, können die nicht. Wir schieben. Die sind auf jeden Fall top sein. Kaiser ist an mir vorbei gejoggt, ohne mich zu sehen. Ich schwein. Ja. Ich könnte hier hier kollapsen, wenn ihr wollt. Ja, wir brauchen keinen Fight hier. Wir können einfach Soul nehmen. Wir nehmen einfach Soul hier, Leute. Wir fighten nicht. Wir fighten nicht. Wir nehmen einfach nur Soul. Wir sollten nicht alle hin. Wir sollten nicht alle hin, oder? Die werden maybe für Nash gehen. Ja, ja. Können wir Nash machen, oder? Ich glaube, die sind zu langsam. Ja, aber wir brauchen uns. Wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen. Wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen. Wir müssen es ja nicht drauf ankommen lassen. Mitte Torn kriegen wir hier. Ja. Ja. Ja, nur aufpassen, dass wir jetzt nicht geflankt werden. Wir gehen in Richtung Barzeit raus. Ja, ja. Ich ult hier rein. Ich ult hier rein. Okay, okay. Looks gut, looks gut. Nice. Weiter, weiter, weiter. Wir nehmen den Fight. Wir nehmen den Fight. Ja. Okay, nice. Kannst du tanken? Ah, ich bin gestunt. Scheiße. Kommt ihr raus? Ah, das war ein bisschen deep in Nash. Okay, wir brauchen einfach Mitte Torn. Schon ein bisschen gated. Die Victorstar nicht gesehen. Ich hab gesehen. Ja. Der Victorstar kam ein bisschen out of nowhere. Lass Bot Sidecams machen. Okay, nice. Äh, wir spielen... Yon Bot Lane. Ja. Und wir spielen für Nash. Wir haben jetzt keine Thumbs mehr, oder? Ja, also wir müssen den Nash gar nicht forcen. Wir... Wir holen einfach nur Pressure für Yon. Oh. Okay. Weil ich AI hab, sind die alle tot. Immer erst pushen, dann in den Jungle reinmoven. Ich warte kurz 10 Gold. Ich muss meine Top Cams noch nehmen. Also push die Wave und dann pushen wir die nächste zusammen und dann move'n wir rein. Wir sind jetzt bei Jonny und mir ein bisschen aufpassen. Wir haben beide keinen Flash, ne? Ja. Das wäre jetzt ein Win nur für die für ein... Also hauptsächlich auf mich, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Für ein Setflank oder so zu gucken. Ich glaub wir sollten aktuell trotzdem... Ja, wir spielen für Top 10, oder? Wir spielen für Top 10, oder? Wir spielen für Top 10, oder? Wir brauchen die Lane Ward immer, wenn überhaupt immer weiter vorne, Kutscher. Weil wir werden bis dahin immer Pressuren. Ja. Vielleicht unten Vic, Kartus und andere. Die move'n Bot, die move'n alle. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Lass Nash move'n. Wir gehen Nash, 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 Nash. Die Bot, die Bot. Ja, ja. Nash, 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 Nash. Dei Bot, Dei Bot. Dei Bot, Dei Bot. Dei Bot, Dei Bot. Mach' du den Bot, Kutscher? Ich geh'n hier. So. Lieber Bot. Aber okay. Ja, wir sollten gut damage haben. Ja. Der DPSler war ja noch gar nicht da. Weißt, was? Endlet ist noch ab heute. Oder nicht? Ja, ich brauch'n schon. Ich hab' jetzt wieder Flash, Ult. Ja, dann lass' alle resetten, dann lass' alle resetten. Lass' am besten während des Nash' schon noch überreden, ob wir recoil'n oder nicht. Ja. Lass' jetzt probieren, 1-3-1 aufzusetzen. Okay. Beziehungsweise wir setzen 1-3-1 auf. Wir probieren das nur richtig auszuspielen. Nimm Duet, nimm Duet. Also wir spielen wieder über die Waves. Und nehmen keine Fights, ne? Ich hab' Ult für Top-Way. Von oben gecatcht. Ja, wir pushen Mitte dann. Wir pushen Mitte, 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 Mitte. Komm mit, komm mit, komm mit. Zero Damage. Was haben die gejust? Nichts. Ich glaub' Du hättest jetzt wahrscheinlich für die Recalls Ulten sein, ne? Ja, maybe. Ich hab' den Tower-Kinder trotzdem. Wir müssen nur aufs Setup passen hier. Victor, Victor hat keinen Sonjas. ZTP, 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 ZTP. Okay, nach hinten, nach hinten. Wenn Yonen kommt's rünn. Ja, der Cade kommt Victor. Ja, genau. Nehmen wir den Torm noch. Können wir auf den Setup nehmen? Einfach aufs TP. Ja. Ich werd' hier live playen, ne? Ich werd' hier live playen, ne? Ich werd' hier live playen, ne? Ich geb' die, ich geb' die, ich geb' die. Ich hol' den hier. Ich geh' hier rein. Ich geh' hier rein. Ja. Okay, das war'n. Cool, da rein noch? Ja, ich geh' da rein. Ja, ja, ja. Cool, Nold. Juicy. Wir gehen fürs Game. Weiter. Nice. Finish. Niceo. Da haben wir Victor, oder? Er hat keinen Flash. Kein Old. Kein Sheet-Form, ja? Er hat keinen Old, der hat keinen Old. Er hat keinen Old, der hat keinen Old. Ja, Set, schön. Nice. Oh, im Bett. Rail, kannst du nach vorne? Gucken, ob der einfach... Karma im 3. Ja, hittet, hittet. Nur Karma, nur Karma. Nur Karma, Victor und... Lass den mal C10 hier. Lass den Engaging, wenn wir können. Ja, okay. Okay, jetzt Finish. Digga, wie läuft sie? Karma, 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 Karma. Familion. Come and go. Nice. 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 Schönes Ding, Leute. Wuuu. Mir gefällt der Yon-Owart-Flag super. Ja, mir auch. So, kurze Pause, aber diesmal hat irgendwer die Gegner auf der Liste. Können wir den kurz schreiben, wir machen kurz ein bisschen längere Pause. Ja, ich hab geschrieben nach dem dritten Game auch mit Päuschen. Okay. Wie lange denn? Wie lang wollen wir denn Päuschen machen? Fünf Minuten, okay? Fünf? Ganz. Mindestens. Müssen wir auch weg vom PC fünf Minuten. Will irgendwer das Game? Ich mein... Ja. Ähm... Ich würd das nehmen. Ja. Ja, dann moderier doch mal ab. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Hau da rein. Wir sehen uns beim nächsten Scrim mit der Team. Wann kommt das denn auf welchen Kanal? Ähm... Das sagst du jetzt. Tschüss. Morgen bei mir, 18 Uhr. Link in der Beschreibung. Wer nicht, flammt den in den Kommentaren. Tschüss. Genau, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Super, ciao. ich guck...